Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Anlöse für nun Donnerstag, den 8.8.2024. Und ja, unser DAX hat oben sich sein nächstes Ziel geschnappt und zurück in seine Basis geknappt, um sich dort feiern zu lassen dafür, dass er die Ziele jetzt hier immer so fein abklappert. Wieder zurück auf die zwei Taglinie wieder und der Tag ist los. Ich glaube, drunter gestellt. Ich glaube, hier kommt ein Einkurs hinterher, doch, die ist drunter und eine rote Tageskarte auch noch wieder zum Schluss hin weggedreht. Also, ein bisschen auffällig schon hat man nämlich gestern die gleiche Ausgangslage. Gestern hatte ich betont, dass mir wichtig wäre, dass ich ihn schnell über der 4, was haben wir gesagt, 4.50, 4.60 sehen will und ihm dann weiteres Erholungspotenzial zuspreche in die 5.60 nochmal rein. Und ich habe auch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir eben nicht bloß 5.10 und 5.60 erreichen, sondern dann auch schon mal 6.20, 6.50 anlaufen und vielleicht sogar auch die 7.00, die hat er nur eben nicht noch geschafft, sich dann hier erst mal runtergedreht. Das hier oben ist gleichzeitig das Xetra-Gap. Nicht dieser X-Tax, das habe ich gestern schon mal erklärt, wie wir ihn hier analysieren, sondern der reine Xetra-Tax, der von 9 bis 17.30 gehandelt wird, der hatte hier sein Gap etwas tiefer bei 6.43 und wurde quasi im Gap-Kluss geschlossen. Das heißt, der Markt hat sich an dem Gap-Kluss jetzt wieder nach unten weggedrückt. Und nun habe ich ein Problem, dass die beiden Wellen hier ein bisschen in Symmetrie zueinander stehen. Sowohl in der Ausprägung sind so etwa schönes FIBO 76% geworden, fast auf den Punkt, zeitlich betrachtet relativ nah aneinanderliegend. Und das kann aus der Elliott-Wellentheorie heraus durchaus auch eine kleine fertige Gegenbewegung sein, die wir jetzt hier im Abwärtstrend gesehen haben und der Markt sich dann eine weitere Abwärtswelle nach unten rausschrauben, die sich dann natürlich an der orientiert. Das bringt uns, anders als gestern, für den Donnerstag ein paar mehr Facetten rein, was es nicht unbedingt einfacher auf der Unterseite macht. Gestern hatten wir uns schon darüber unterhalten, hier mit der 1.30 und so, die zwei Kästchen, das wird jetzt hier ein bisschen anspruchsvoller. Sollte man dann auch gut überlegen, ob man sich das antun will oder nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass eben dann auch Schwung drin sein wird. Also ein paar Punkte sind dann zu holen, sowohl als auch, wie er sich richtet. Wir haben, fangen wir vielleicht mal an, wie nehmen wir ein auseinander? Wir haben zum Donnerstag grundsätzlich das Potenzial, die ganze Bude wieder nach oben umzudrehen. Das heißt, das Gleiche zu machen, was der Mittwoch gemacht hatte. Dafür ist wichtig, dass wir die Schwäche, die wir hier zum Abend jetzt gekriegt haben, ebenso zügig auskontern. Das heißt, eigentlich will ich ihn gar nicht unter der 400 sehen, maximal, maximal das Gap hier unten noch zumachen zum Dienstag, was er am Montag gerissen hat. Ja, jetzt haben wir den Tagsschluss noch gekriegt, 4.22. Das Gap hier zumachen zur 3.64, 400, 3.64, das wäre meine Kante. Ja, dreht er sich dort oder höher oder drückt gleich nach oben. Mit schönen grünen Stundenkerzen hoch, gebe ich dem locker nochmal das Potenzial, diese Hochs anzulaufen und auch zu überwinden. Dann stellte er uns halt, dann war das die erste, die zweite, noch eine dritte Aufwärtswelle hier rein, die dann eben bestimmt auch das Potenzial hätte, an den Channel unten ranzuklatschen. Ja, also diesen 8.50 gucken wir uns gleich im Tagesschart an, wo der ist oder wir springen gleich direkt hin. Der ist ja nicht mal bei 8.50, der liegt ein bisschen tiefer, ist dann jetzt schon langsam bei 8.20, 8.30. Ja, das wäre möglich, wenn unser DAX sich im Bereich 4.365 nach oben reaktiviert kriegt. Ich brauche dafür eine grüne Stundenkerze, die danach nicht wieder unterschritten werden darf. Macht er eine grüne Stundenkerze und unterschreitet die danach, macht er sich nach unten den Raum auf, hier eben auch rausfallen zu können und wieder eine Übertreibung einzuleiten. Und das Ding ist halt, er kann sich an dieser Bewegungswelle orientieren. Ja, weil wo sucht sich der Markt seine Orientierung? Er sucht sich die, wie er hier in der Aufwärts gemacht hat, entweder an der vorherigen Abwärts, ja, das kann man dann über Fibus abtragen oder an der vorherigen Aufwärts. Die Bewegung hier hat sich jetzt schön an der vorherigen Aufwärts orientiert, ne, er hat sich auf 61% schön aufgedreht, nochmal sich relativ formähnlich nach oben gedrückt. Das hat alles gut gepasst, war auch stimmig und hat auch ablaufseitig, ich sag mal, außer mit diesem kleinen Runterzieher zum Schluss ganz gut, ja, gesessen. Und wenn er jetzt aber hier anfängt, zu tief zu rutschen und das eben nicht zügig wieder auszugleichen und nach oben aufzudrehen, dann reden wir über die. So, und da nehmen wir jetzt mal ein Ziel weg, dass wir bloß mal eine Vorstellungskraft kriegen, was das für Druck ausüben kann. Und deswegen sollte man da definitiv hier noch vorsichtig sein. Denn, ich wiederhole mich, gestern, wie heute, haben wir einen Tagesschuss unter der 200-Tagen-Linie, wir haben einen Tagesschuss unter der Range und unterhalb der bullischen Flagge, äh, ja doch, bullischen Flagge. Das heißt, wir haben ein bullisches Trendfortsetzungsmuster, stand jetzt, oben nicht aufgelöst. Sollte der DAX es nicht hinkriegen, sich hier zügig ins V-Rein zu erholen, um die Demokraten vor der US-Wahl nochmal gut aussehen zu lassen. Ja, was ich nicht für aus, also ich schließe das nicht aus, ja, dass er das hinkriegt, sich hier komplett wieder rauszustellen. Ja, und dann alle auszulachen. Auch wenn der Krieg kommt, das kann der trotzdem hinkriegen. Ähm, haben wir oft genug schon gesehen in der Historie. Ja, das ist dann immer zum Unverständnis. Alle, da sitzen alle da einen Schüttel mit dem Topf und fangen dann an, böse Kommentare zu schreiben. Ähm, oft genug gesehen, sei das Ukraine oder wie auch immer, Markt hat immer wieder nach oben gestoßen. Ja, da kam immer dieses eine Gap. Dann war ein klar, okay, jetzt ist der Krieg da oder jetzt passiert irgendwas. Und danach ging's dann kräftig nach oben erstmal. So, und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Kriegt ihr das nicht hin? Genau, kriegt ihr das nicht hin und etabliert ihr wirklich einen Abwärtstrend. Und haut hier richtig in die Soße. Dann hat diese Welle ein Bewegungspotenzial, was sich bis runter auf die 16.113 aufziehen kann. Das ist natürlich eine mächtige Menge Tobak. Ja, Zwischenziele wären dann hier im Bereich um 8.90. Das ist ganz interessant. Und 16.76 bis 16.480 zu suchen. Und deswegen sollte man ein bisschen aufpassen. Ich seh das noch nicht so zwangsweise. Ähm, ich schon denke, dass er hier ein bisschen einfach überpaced hat. Das war ja auch, ihr habt das mitgekriegt mit Japan und, und so weiter. Gab's genug Gründe, die man hergeleitet hat, die das eben ein bisschen überfließen lassen haben, was einfach mehrere Sachen auf einmal kam. Und, ähm, ich mir schon vorstellen kann, dass er, das in der Dynamik jetzt hier eben vorne OS-Wahl nicht unbedingt abliefert. Aber, da sind wir bei der Chart-Technik eben. Und Chart-Technik heißt, wir machen uns um sowas keine Gedanken. Wir geben nichts auf die Nachrichten. Das gefällt nicht jedem von euch, aber ich muss das als Analystin. Ich bin zertifizierter Analyst. Ich muss das ausblenden. Ich bin dazu verpflichtet, damit ich euch eine neutrale, eine komplett neutrale Perspektive auf den Chart geben kann und euch nach unten wie nach oben die Risiken und die Potenziale aufzeigen kann. Und die Risiken hier sind eben deutlich. Ja, das muss man, das muss man wirklich klar sagen, weil es war eine Tacklinie unter Boden, unterhalb von einem bullischen Trendfortsetzungsmuster, unterhalb von einer Range. Ja, wenn der Markt dann eintritt, Schwäche zeigt, kann der aus sowas raus wirklich richtig auf die Kacke hauen. Ich sehe hier die Unterstützung, 3,65, 400, bleibt er da drüber, dreht er sich dort mit einer grünen Stundenkerze hoch, alles fein, kann er locker nochmal an das Hoch zurück, kann er auch höher, 700 noch zu machen, 77 anlaufen, 8,20, 8,30, das kriegt er hin. Aber fängt er uns an, unten abzuhauen, würde ich solange, wie er rote Stundenkerzen liefert, den wirklich laufen lassen. Dann meinst du H1-Kerzen, nicht H2, H1-Kerzen. Solange der rote Stundenkerzen liefert und nach unten dann durchspritzt, lassen wir es mal rennen. Na, der kann sich dann wirklich aushoben, weil er eben die Orientierung an der vorherigen Welle sucht und die hat ja mächtig Dampf drauf. Ja, und dann kann das auch passieren, dass wir eine 200, 1,30, neues Tief, 17,960, ja, jetzt hier kannte, die Linie liegt jetzt übrigens bei 17.000, 17.10 etwa, kann das durchaus sein, dass der bis dahin erstmal durchprasselt oder gleich noch eine Stange mehr. Aber das Spektrum zum Donnerstag wäre machbar. Und wenn er wieder mit Gap einleitet, er springt ja wirklich wie ein Beklopter die ganzen letzten Tage. Das ist natürlich immer für die Morgenanalyse ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt noch anfange, was wäre jetzt, wenn der DAX ein 100-Punkte-Aufwärts-Gap macht, was wäre, wenn er ein 200-Punkte, wären wir ja gar nicht mehr fertig, ja. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir dann die Updates im Premium-Dienst einfach ein bisschen vorgezogen haben, dass wir gleich 8 Uhr immer das erste Update geschickt haben. Aber wenn er jetzt hier im konkreten Fall eben den Abwärts-Gap schon reinbringt, der startet schon mit 200 Punkten nach unten und ballert eine rote Stundenkerze nach unten, nach der anderen, dann wird der eine 17.000 nicht reichen. Das muss man vor Augen haben, dementsprechend auch seine Trades anpassen, Risiko bewerten, angucken. Wie gesagt, sehe ich grüne Stundenkerzen, kann ich mir einen Long gut vorstellen, auch insbesondere aus dem Bereich, muss aber auch da sein, sehe ich rote Stundenkerzen, würde ich vom Long vorerst erstmal die Finger fernhalten dann, ja. Und vielleicht eher versuchen nach unten raus, irgendwie ein paar Punkte zu suchen. Das soweit meine Einschätzung zum Donnerstag. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, macht was draus und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.